Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem kurzen Marktupdate. Der deutsche Leitindex erreicht immer wieder neue Jahreshochs, doch was ist denn jetzt wahrscheinlich hier ein Test des Rekordhochs oder doch eine Korrektur? Diese Frage wollen wir gleich versuchen zu beantworten, den Risiko und Weiß gibt es natürlich wie immer vorab. Der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollen sie sich bewusst sein. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Wir gehen direkt rüber zum DAX Future und schauen uns die Lage mal im Wochenchart an. Wenn wir näher heranzoomen, dann ist zu erkennen, dass der Index bereits seit vier Wochen in Folge immer wieder neue Jahreshochs erreicht. Und zuletzt am Mittwoch bei 16.063 Punkten. Wir sind also wie hier im Tageschart. Leichte Gegenbewegung, Fehlausbruch auf der Unterseite. Jetzt den Erholungsversuch am Freitag und jetzt der leichte Rückschlag zu Beginn dieser Woche. Also ein hohes Niveau kann gehalten werden und das bietet also die Möglichkeit, den Trend fortzusetzen bzw. das Rekordhoch bei 16.294 Punkten zu testen. Der Abstand beträgt aktuell etwas weniger als 2% bzw. knapp 300 Punkte. Wo kommt der Markt her? Von hier unten. Und zwar im Oktober gab es dann den Anstieg über wichtige Widerstände, Gegenbewegung, Aufwärtsimpuls, einen Rückschlag und das wurde auch nochmal als Kaufgelegenheit gesehen. Das heißt, wir haben einen Aufwärtstrend, wir haben aber auch einen ausgedehnten Aufwärtsimpuls. Und die Frage ist jetzt eben Ausdehnung, um das Rekordhoch zu testen oder Gegenbewegung. Wir wollen auf beides vorbereitet sein. Wir gehen mal weiter runter bzw. erst nochmal zoomen wir ran und überlegen uns, wo Kursziele liegen auf der Unterseite für Shorts bzw. wo könnte der Markt wieder auf Kaufinteresse stoßen im Falle von stärkeren Rückgängen. Wir haben hier das Ausbruchsniveau und den Retest bei 15.891 Punkten. Hier gab es den Fehlausbruch, dann der Retest 15.816. Hier gibt es eine Top-Bildung, dann der Ausbruch und dann der Retest 15.698. Und dann haben wir rein theoretisch hier noch ein Zwischenhoch bei 15.463 Punkten. Und dann der letzte wichtige Tiefpunkt erst bei 14.617. Wir gehen runter in den M15 und schauen uns mal an, was jetzt kurzfristig passiert ist. Es gab ein Richtungswechsel, ein Crossover und eben eine kurzfristige Schwächephase. Allerdings gab es hier kein Crossover, sondern eine kurzfristige Bodenbildung und den Anstieg über kurzfristige Widerstände. Und das heißt, Korrekturen sind ein Grund möglicherweise, Rücksetzer könnten eben gekauft werden, um dann nochmal das Jahreshoch in Angriff zu nehmen und sich dann dem Rekordhoch weiter anzunähern. Wenn dieser Bereich allerdings nicht halten sollte, 15.984 Punkte, haben wir uns vorhin im W1 angeschaut. Der Markt oszilliert darum, Polen können sich durchsetzen, wenn allerdings die kurzfristigen Unterstützung nicht halten. Es gibt einen Abwärtsimpuls und dann auch ein Crossover. Dann könnten eben Gegenbewegungen genutzt werden, um den Markt abzuverkaufen. Und dann werden die vorhin genannten Kursziele auf der Unterseite aktiviert. Mehr Hintergrundinformationen dazu gibt es dann wie immer in meinem Video von heute Morgen. Schaut da gerne rein. Ansonsten viel Erfolg für heute und würde mich natürlich freuen, wenn Sie da einen Daumen da lassen. Bis zum nächsten Mal.